Bitcoin ist auf Erholungskurs. Die Kryptoleitwährung hat die Marke von 57.000 US-Dollar zurückerobert. Die Marktkapitalisierung ist im Vergleich zum Vortag um 3,27% gestiegen und liegt nun bei 2 Billionen US-Dollar. Im Moment liegt der Bitcoin-Preis bei 56.800 US-Dollar, mit einem Anstieg von 3,84% in den letzten 24 Stunden. In der Nacht erreichte Bitcoin einen Höchststand von fast 58.000 US-Dollar, blieb jedoch in einer Seitwärtsphase. Auch die Bitcoin-ETFs in den USA verzeichneten Nettozuflüsse von 28.000,6 Millionen US-Dollar. Sie durchbrachen damit einen mehrtägigen Negativtrend. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.